Herr Mona, es geht wieder los, die Tiroler Meisterschaft, 12 Läufe heuer und 50 Jahre Atmos. Was sagst du dazu? Ja, also erstmal zwölf Läufe, das wird sehr sportlich dieses Jahr. Da wissen wir auf jeden Fall, was wir am Wochenende machen immer. Und 50. Serie, also ich finde es stark, dass es schon so lange so gut funktioniert. HACRO hält seit 1969. HACRO Textilien halten, was sie versprechen und begleiten Menschen Tag für Tag bei ihrer Arbeit und im Team. Für Beruf, Freizeit und Sport. HACRO Sondersweistempfer, Fitturys in Tirol, eine große Fahrvereinigung. Ich stelle die Leute dabei, wie Scheibstumpf, Linzer, Alinz, Thomas, Bayerups. Jetzt kann man vielleicht schauen, ob der Intermarter noch mit seiner Zeit noch ohne bleiben. Nachdem... 46,50... Startet der Meierrutscher Robert. Und der Robert hat das 45 Fenschen roll gemacht. So schaut's aus. von der Ramona ist der erste Lauf vorbei. Ramona 45. 40er Zeit. Das ist ja schon sehr sensationell. Ja, also ich bin sehr zufrieden, nachdem ich eigentlich recht skeptisch war mit dem Kurs. Bergab auf eine Ecke zu bremsen, braucht man schon Mut. Aber es ging deutlich besser als gedacht. Und teilst du wieder den Opel mit der Ramona? Ja, genau. Und dann schauen wir mal, wer von uns zwei dann schneller wird. Okay. Letztes Jahr war es ja schon mal ganz knapp, was ich gesehen habe. Ja, mal war sie schneller, mal war ich schneller. Das haben wir eine gute Abwechslung drin. Und der Julian steht jetzt am Start. Und der Julian ist ja normal ein Konkurrent von dir am gleichen Auto. Ja, auf jeden Fall zählt er zur Konkurrenz. Also ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. In der letzten Zeit war jetzt auch nicht schlecht, so wie meine. Jetzt schauen wir mal, ob er auch noch einen Zahn zulegt. Dann wird's wieder knapp zwischen uns. Werden wir's beobachten jetzt. Alles Gute. Danke, danke. Immer noch die Aktion. Kaffee mit Kuchen. 4,50 Euro. Ho minister. Ohne wo andere Unterricht, 4,50 Euro, auf jeden Fall zurückgebezogen. Höchst, 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 höchst. Geräusche am 22-Jährigen. Da kommt ein 1,2,3 Heizungserneuerung mit Olym informiert euch unter www.olym.at www.olym.at 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Ramona, sensationell heute, du vorne mit dabei. Julian hat es leider nie geschafft, war ein bisschen überwes und ein super toller geiler Lauf, der letzte und der Papa zeigt auch noch was er kann. Ja, ich finde es wunderbar, für uns ist das am Wochenende immer noch Familienausflug, drei Generationen, was soll ich da sagen, super. Julian, heute hat es nicht so funktioniert, aber nächstes Mal werden wir angreifen, außen im Außerfern. Ja, auf jeden Fall, immer maximal pushen und dann geht es. Und der letzte Lauf von dir, der war sensationell, also man hat gesehen, der Endesu ist immer noch voll konkurrenzfähig. Ja, ich bin froh, dass heute so gut gelaufen ist. Wir haben es über den Winter nicht so viel gemacht, aber es hat gepasst. Du hast schon warm gefahren? Ja, genau. Das hat schon gepasst. Irgendwann wird es ein bisschen besser passen. Irgendwann greifen wir wieder besser an. Zwölf Rennen hast du ja noch. Genau. Irgendwie, passt schon. Dann wünsche ich euch alles Gute. Und jetzt geht es noch einmal zum Endlauf. Wer hält denn den Tagessieg heute? Also, ich bin ja eigentlich immer beim Zobel, aber wir haben ja auch neue Fahrzeuge, die kennen wir noch nicht, deswegen halte ich mich mal zurück. Ich bin gespannt. Du hältst die Zock. Julian? Ja, also ich denke, wenn es den Zobel macht, dann macht es den Papa. Macht den Papa? Also, ich sage, der Wolfgang macht den Zobel. Der Wolfgang macht es. Und was glaubst du? Ich würde auch sagen, der Wolfgang macht es. Kein Vertrauen? Doch, schon Vertrauen. Junior packt das heute hinter. Er hat mehr Dampf. Und die NSU passt jetzt so hundertprozentig da drauf. Ja, aber ich habe gemeint, dass da NSU richtig gut liegt. Lego ist ja gut, aber uns fehlt noch ein bisschen der Dampf. Wir haben zu wenig Päs. 20 Päs waren ja gut. Ja, das ist ja. Der Motorrad, der, wo oben raus geht, heute brauchen wir unten raus. Kraft. Also, mit den 170 Päs ist es heute nicht. Es sind vielleicht 150, aber die sind funktionsfähig. Und ich wünsche euch alles Gute und eine tolle Saison 2024. Danke. Die 50. Auflage vom Atmos. Ja, danke. Dieser Bericht wurde Ihnen von Hakro Held seit 1969 präsentiert. �� diesem treffenden Titelural. Da ist alles Held. really viel Capitol. Es wirklichちょ στα 5.